hallo meine damen und herren und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der home blogshow wer heutzutage zeitung liest der weiß alles was wir im internet machen dass sie doch bei anderen nicht nur wir derjenige da das ist das ist die nse und die anderen geheimdienste der welt man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich schützen dagegen so viel also soweit es bis jetzt ausschaut die haben htps und alles mögliche können die schon mitlesen und ende der welt ist angebrochen fürs internet und auch nicht wer auf alle fälle ein bisschen eleganter durchs internet surfen möchte oder halt sich beim online banking nicht auf die finger schauen lassen möchte oder halt demjenigen das etwas schwerer machen will sich da auf die finger schauen zu lassen oder wer auch immer was machen will so anonym wie möglich dem empfehle ich am den tor browser das ganze passiert auf dem tor projekt dass die website www.torprojekt.org das ist so ein dienst oder sagen wir mal so ein dienst der sich zum ziel gesetzt hat dass diejenigen die den verwenden so anonym wie möglich bleiben könnten können so anonym wie möglich sage ich deswegen weil man weiß nicht was die amerikaner alles aus der leitung zu tun können das heißt von daher es ist eine absicherung mehr auch wieder nicht das ganze schaut so was mal ladet sich das runter von der tor webseite da haben wir da den tor browser das bundle das ist einfach eine zip datei oder eine exe datei die sich selbst extrahiert ist eine exe datei die extrahiert sich selber und dann was extrahiert wird ist dieser ordner da das ist dieser tor browser machen wir das mal auf und da stehen wir sehen wir dann schon das passiert auf firefox portable das heißt vor allem speziell konfigurierter firefox ist das jetzt verbinden wir und wenn man den startet über das start tor browser exe verbindet sich mentor netzwerk mit dem ziel dass eure ip adresse halt ins tor netzwerk anschaut und nach außen hin wenn jetzt dann zum beispiel auf irgendeine seite geht sieht die gegenseitig nun nur eine tor ip adresse also den vorteil dass man das schwerer auf euch zurück verfolgen kann zusätzlich sind da keine cookies oder was auch immer und wie gesagt es ist keine hundertprozentige sicherheit wer aber ein bisschen mehr sicherheit schauen möchte der kann das verwenden jetzt haben wir die verbindung hergestellt jetzt können wir sagen tor stoppen da können wir das ganze wieder stoppen eine weiterleitung können wir einrichten netzwerk betrachten also schon mal das mal das interessant dass immer die anderen kleines und so weiter im hintergrund baut sich ganz langsam der tor browser auf browser auf das ganze ist nebenbei in den letzten also seit den letzten enthüllungen ist das ganze extrem langsam geworden also speziell beim runterladen und so weiter ich glaube das surfen geht in der meisten zeit recht gut aber stellt sich darauf ein dass ihr gute 15 minuten den client runterladen werdet weil das ganze halt wirklich so überlastet ist derzeit das immer schon meine ip-adresse die ich jetzt habe und ja die ip-adresse die können es aufschreiben dies beim nächsten anmelden wieder anders bei mir gehen wir mal auf google schauen wir dort mal hin sagen wir da 69 164 219 80 muss das mal kopieren ich weiß jetzt nicht aber damit schon die neue meint wie ist meine ip sag es mir google sag es mir und ja jetzt werden wir gleich sehen dass die höchstwahrscheinlich abweichen dass ich weiß jetzt nicht ob das nicht vorher gelesen war ich was für eine ip ups da ist nicht gespeichert ich habe vorher nicht gelesen welche ip-adresse damit gemeint hat aber ich glaube das jetzt die gleiche er glaubt auf alle fälle glaubt der der liest gerade unseren browser aus und schaut was er herausfindet er weiß dass ich windows 7 habe firefox 17 und herkunft anonymus proxy das heißt das ganze funktioniert und rennt und ja was interessant ist die verwenden auch nicht google als standard suche sondern was ist das für eine an was das für ein anbieter das taktako da ist taktako ich mag taktako lieber keine ahnung was das ist startpage.com also auch scheinbar ein anonymer weg im internet zu suchen und er hat so viel dazu mehr braucht man eigentlich nicht wissen wir können das ganze jetzt verwenden dass alles was ihr braucht ist eine internetverbindung und diesen client und das war's auch schon das ist fertig sehr schön und ja so viel dazu wenn es gefallen hat er kann liken oder auch nicht kann das video disliken was auch immer mir ist es egal wer noch fragen hat kann natürlich in die kommentare stellen vielleicht findet sich jemand das beantwortet vielleicht sogar ich keine ahnung und ja danke fürs zuschauen zuschauen und bis zum nächsten mal